Opa Henry sucht das Glück Eine Bilderbuchlesung mit Andrea Hammer Ich wünsche euch viel Spaß und heute ganz besonders dir lieber Levi und dir lieber Noah Opa Henry ist alt und weiß vieles, darum stellt ihm Emil Fragen wie diese Weshalb lebt die Eintagsfliege nur einen Tag lang? Warum ist die Erde rund? Wie kommt es, dass ich Karotten nicht mag? Opa Henry denkt dann bei einer Tasse Kamillente nach und findet immer eine Antwort Emil wäre gern jetzt schon so klug wie Opa Henry, doch das geht natürlich nicht Und weil Emil das ein bisschen wurmt, stellt er Opa Henry immer schwierigere Fragen, die er sich vor dem Einschlafen ausdenkt Als Opa Henry eines Abends kommt, um Gute Nacht zu wünschen, fragt Emil ihn Sag mal Opa, was ist Glück? Opa Henry denkt kurz nach, aber auf diese Frage will ihm so schnell keine Antwort einfallen und daher muss er etwas länger grübeln Er überlegt die ganze Nacht hindurch Er schaut in den Nachthimmel Er schnorchelt in der Badewanne Aber am nächsten Morgen ist er immer noch nicht schlauer Selbst die Tasse Tee hilft dann nicht weiter Darum geht Opa Henry in die Stadtbibliothek und blättert auf der Suche nach einer Antwort alle möglichen Bücher durch Doch nirgends findet er eine klare Antwort auf Emils Frage Er fährt mit dem Riesenrad und dreht eine Runde nach der anderen Bis ihm die Beine einschlafen Hm, vielleicht finde ich ja in der Glücksstraße um die Ecke eine Antwort Denkt er sich und macht sich in Gedanken versunken auf den Weg Aber auch da findet er nichts, das ihm weiterhilft Und so läuft Opa Henry weiter Bis er vor seiner Lieblingskonditorei steht In der Glücksstraße Opa Henry tritt ein Und verlässt die Konditorei Bald darauf mit einem lecker duftenden Apfelgebäck Er will gerade herzhaft hineinbeißen Als er einen Bettler bemerkt Der ihm ganz hungrig zuschaut Opa Henry muss nicht lange überlegen Und reicht dem Mann sein Apfelgebäck Was für ein Glück, dass ich Sie treffe Vielen Dank Sagt der Bettler Und beißt in das süße Gebäck Opa Henry lächelt zufrieden Und geht weiter zum Park Um sich an einem schattigen Plätzchen etwas auszuruhen Er setzt sich auf eine Bank Und beobachtet zwei junge Mütter Die ihren Kindern beim Spielen zusehen Was für ein Glück haben wir doch mit unseren Kindern Meint die eine zur anderen Opa Henry nickt zustimmend Als eine Gruppe von Kindern Johlend und ein bisschen laut An ihm vorbeirennt Was ist denn los? Will Opa Henry neugierig wissen Wir haben Hitze frei Wenn das kein Glück ist Ruft ein Junge Und rennt den anderen Kindern hinterher Opa Henry muss schmunzeln Opa Henry blickt sich um Er sieht verliebte Paare Er sieht Geschäftsleute am Telefon Er sieht eine alte Frau Die mit ihrem Hund unterwegs ist Und Opa Henry nett anlächelt Und dann Und dann weiß Opa Henry endlich Was Glück ist Süßes Apfelgebäck Kinder Hitze frei Liebe Arbeit und Tiere Das alles kann Glück sein Opa Henry ist so glücklich darüber Die Antwort auf Emiles Frage gefunden zu haben Dass er schnell nach Hause geht Und nicht auf die Straßenampel achtet Die plötzlich auf Rot wechselt Eine Bremse quitscht fürchterlich Lautes Gehupe Und Opa Henry mittendrin Ein Auto bleibt ganz knapp Vor Opa Henry Schnee stehen Meine Güte Haben Sie Tomaten auf den Augen? Ruft der Fahrer verärgert Und fährt weiter Da habe ich jetzt aber Glück gehabt Spricht Opa Henry zu sich selbst Und er geht schneller nach Hause Um sich einen beruhigenden Kamillentee zu machen Emil hat seine Frage schon längst wieder vergessen Als Opa Henry am Abend zu ihm ans Bett kommt Ich habe überall nach einer Antwort auf deine Frage gesucht Beim Schnorcheln in der Badewanne Am Nachthimmel In der Stadtbibliothek Auf dem Riesenrad In der Glücksstraße In der Konditorei Und im Park Und jetzt weiß ich, was Glück ist Es ist für jeden etwas anderes Und für alle dasselbe Es kann klein oder groß sein Süß duften Herzlich lachen Oder bellen Es hat ganz verschiedene Namen Du kannst es hier und dort Überall und nirgends finden Du kannst es auf eine Distanz von Tausenden von Kilometern sehen Oder direkt vor der Nase haben Und so blind auf beiden Augen sein Dass du es nicht siehst Und daran vorbeiläufst So und jetzt schlaf schön Wünscht Opa Henry seinem Enkel Emil ist etwas verwirrt Opa Henrys Antwort hat er nicht ganz verstanden Daher liegt er wach in seinem Bett Und kann lange nicht einschlafen Und als Emil Am nächsten Morgen aufwacht Ist für ihn plötzlich Alles klar Er rennt glücklich in die Küche Umarmt seinen Opa Henry Und gibt seiner Mutter Einen dicken Kuss Auf die Wange Aber hoppla Was ist denn jetzt los? Fragen beide erstaunt Was haben wir doch für ein Glück Zusammen zu sein Sagt Emil Und beißt herzhaft in sein Schokobrötchen Während Opa Henry Einen Schluck von seinem Kamillentee nimmt Und zufrieden lächelt Danke Danke an die Autorin Daniela Cianciarulo Isabella Cianciarulo Und an die Illustratorin Birgit Antoni Danke an Annette Betts Verlag Im Karl-Überreuther Verlag Danke an G&G Verlag www.ggverlag.at Ich hoffe die Geschichte hat dir gefallen Und wir hören uns bald wieder Deine Andrea Im notamment JG Ich möchte da